Wir haben drei Uhr und hier soll es jetzt ein Glockenspiel geben. Wir warten mal schön. Da ist die Glocke, jetzt warten wir auf das Glockenspiel. Wir haben Verspätung, aber wir haben es geschafft. Die Tanja erzählt uns jetzt, auf was wir warten. Tanja, auf was warten wir? Auf das Glockenspiel. Es kommt aber keins, weil wir haben schon Verspätung mit dem Boot. Das ist Baroque, das ist Baroque, das ist Baroque.